Alpha Kevin wurde gesperrt und Gronkh ist frauenfeindlich? Ja, meine Freunde, nicht nur heute, sondern auch gestern begann eine neue Zeit auf Twitch und YouTube Deutschland, muss man einfach so sagen, denn ein großer Creator mit über 100.000 Followern, ja, beliebter Creator, dessen Name ich jetzt wahrscheinlich nicht live im Stream sagen darf, bevor ich gedmca-strikt werde oder so, wurde gesperrt im Namen von Churyoka, ja, ähm, ja, Ascaron, meine Freunde, ja. Wobei nicht ganz im Namen von Churyoka, sondern von dem Herrn Ascaron. Ob das jetzt in ihrem Namen stattfindet? Kein Plan. Ascaron, rund um die Bubble der Churyoka, haben sich, oder hat sich mit anderen Menschen im Discord-Server von Churyoka formiert, um Creator platt zu machen. Das wissen wir nicht erst seit, ähm, den Kuchen-Files, die es jetzt schon illegalerweise seit mehreren Wochen gibt, das wissen wir auch, ja, leider seit gestern insbesondere. Denn dort hat ein Creator leider die Möglichkeit verloren, sein Brot zu verdienen, womit hier einfach eine rote Linie mehr als überschritten wird, ja. Ascaron hat mutmaßlich, ja, immer mutmaßlich, im Auftrag von Churyoka mittels einer Vollmacht einen DMCA-Strike, das heißt einen Copyright-Strike, gegen einen großen anderen Streamer durchgesetzt, dieser dann, äh, der dann in 20 Minuten nach dieser Meldung mit den passenden Stamps, ähm, ja, von der Plattform Twitch verbannt wurde. Joni, danke für deinen Sub. Und sowas finde ich einfach nur schade, dass Creator und Influencer mittlerweile so weit gehen, dass sie sich gegenseitig sperren lassen. Denn ganz ehrlich, wenn irgendein Influencer über dich ein Video macht, dann schreib ihn doch erstmal an. Schreib ihn auf Instagram, schreib ihm eine E-Mail und versuch ihm mitzuteilen, dass es dir gar nicht gefällt. Oder warn ihn wenigstens vor, ja, sag ihm wenigstens, ey, nimm das bitte runter, ansonsten muss ich dagegen vorgehen. Und ich bin mir sicher, dass Alpha-Kevin jemand ist, der einem auch antwortet und mit dem man diskutieren kann. Ascaron heißt der gute Mann. Ascaron ist Obersimp und Vollzeit-Pupokriecher von Churyoka und zwar so tief, dass er oben wieder rauskommt. Ein selbsternattes... Hier wird er heftig gefeuert. Er heißt auch Kevin, oder? Sieg mal Kevin. Ja, Kevins halten zusammen. Copyright Agent. Ja, ich weiß nicht, ob man das studieren muss oder ob man das in irgendeiner anderen Art und Weise lernen kann. Aber so wie Ascaron sich verhält, das glaube ich, kann man nicht lernen. Das ist meiner Meinung nach und auch mutmaßlich total krankhaft. Das sind Menschen, wie ich schon sagte, die haben eine komplett pathologische, parasoziale, abnormale Beziehung zu ihrer Göttin Churyoka. Und das, was wir gestern auf Twitch erlebt haben... Na, oder es kann natürlich sein, dass er kein Obersimp ist und für sie arbeitet und sie dafür bezahlt. Das gibt's natürlich auch. Das ist nichts weniger als das Ausspielen sämtlicher Allmachtsfantasien. Sämtlicher Allmachtsfantasien. Diese Menschen, und das sehen wir jetzt gleich im Verlauf dieser Reaction auch, feiern sich auf Twitter so krass ab. Sie fühlen sich als die geilsten Hengste. Als hätten sie irgendwas Weltbewegendes geschafft. Wir scrollen mal ein bisschen runter beim lieben Ascaron. Was denn da so alles im Verlauf gepostet worden ist. Also, zunächst einmal, das war noch am 5. September, das spielt heute keine Rolle. Das Erste, was gestern Abend gepostet worden ist, bevor dann der große Creator gesperrt worden ist, war folgendes. Und zwar hat man ganz öffentlich, wie als würde man Anschlag planen. Ganz öffentlich hat man geplant, wir lassen ab heute übrigens jede nicht-autorisierte Reaction auf den Content von Frau Scholz, seiner Mutter scheinbar, oder seiner Vorgesetzten, seiner Sugar-Mami, in Klammern Shoyoka sperren. Jetzt einmal der Hinweis, wir müssen das jetzt schön einblenden. Unten im Stream taucht jetzt auch folgender Hinweis auf. Quelle unter anderem, egal was wir machen, ist twitch.tv slash shoyoka. Also, falls mich einer DMCM striken möchte, hier unten ist der Quellverweis. Also, man verweist auf diesen Clip von Monte, den wir uns jetzt auch einmal anhören. Bitte schön. ... Content von mir geklaimed wird, mit einem Verifizierhaken, und ich da nicht dran profitiere. Mit dem Video, ich kann es euch mal ganz kurz sagen, mit dem Video von der Polizeikontrolle, vom Dienstag, das Video hat 5 Millionen Aufrufe. Das Video hat bei meinem Kanal 5 Millionen Aufrufe. Mit dem Video hätte ich, mit dem Video hätte ich vielleicht im Idealfall 3.000, 4.000 Euro verdient. Ungefähr. Mit dem Video habe ich jetzt... Also, nur zu eurem Verständnis. Monte redet hier über Content-Diebstahl. Das heißt, irgendwelche Menschen klippen seine Streams, laden es auf TikTok hoch und könnten damit potenziell zwar kein Geld verdienen, aber die nehmen ihm halt Möglichkeit weg, Geld zu verdienen. Also, wenn er es hochlädt, es macht 5 Millionen Aufrufe, verdient ein paar Tausend Euro. Hier reden wir nicht über Reaction-YouTuber. Hier reden wir nicht über mich, über einen Kaiser, über einen Rezo. Hier reden wir über wirklich Content-Diebstahl. Und nicht über Reactions. Weil Reactions, das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt, ich weiß, es wird auch kritisch gesehen, aber Reactions sind in erster Instanz kein Content-Diebstahl. Ich pausiere, ich sage meine Meinung. Und ich persönlich finde, das gibt halt den Zuschauern einen gewissen Mehrwert. Das sieht nicht jeder so, ist auch vollkommen okay, bin ich fein mit, aber hier schafft man sich ein eigenes Werk, in dem man sich zeigt, in dem man seine eigene Meinung einbringt. Ja, es geht. Also, ich finde es hier schwach von Monte, dass er wirklich jeden auf TikTok sperren lässt, der irgendwas von ihm teilt, obwohl er selber Reactions macht. Ja, keine Frage, Reactions sind nochmal was anderes. Da gibt man seinen eigenen Senf dazu. Und bei den TikToks, das sind Ausschnitte von Montes Stream, die werden 1 zu 1 gepostet. Dennoch denke ich mir, ey, wer postet diese Ausschnitte von Monte? Wahrscheinlich Montes Zuschauer, die seinen Stream den ganzen Tag verfolgen. Und da denke ich mir einfach, gönn doch mal deinen Zuschauern, Bro. Lass sie doch nicht sperren, das sind ja letztendlich deine Zuschauer. Und die machen dich dadurch auch nochmal bekannter, indem sie deine Videos weiterverbreiten. Also ganz ehrlich, meine Videos könnt ihr for free klippen und weiterverbreiten. Von mir werdet ihr nicht gesperrt. Außerdem denke ich mir, Bro, du bist einer der größten deutschen Influencer. Also du bist Monte, deine Haupteinnahmequellen sind wahrscheinlich deine Produkte. Ja, Gönnergy, er hat ja noch wahrscheinlich andere Firmen. Und auch noch YouTube und Twitch. Da ist doch TikTok wirklich nicht das Wichtigste. So ist es. Ja, das sieht wie gesagt nicht jeder so, ist auch okay. Monte redet hier aber explizit von Content Diebstahl. Also der Verweis von Ascaron ist faktisch falsch. Das ist kein, das ist nicht das, was Monte damit meinte. Und dass man ihn später, ja, dass man ihm dann auch noch irgendwie gedroht hat, man würde auch seine Accounts sperren lassen, das lasse ich jetzt mal außen vor, ja. Weiter sagt Monte. Jetzt verdient 200 Euro. Und wisst ihr, was das zur Folge hat? Und es ist mir auch egal. Ich werde jetzt wieder einstellen, jemanden einstellen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als TikTok-Accounts löschen zu lassen, die Content von mir hochladen. Dann muss ich halt leider wieder alles platt machen, Digga. Ja, wie gesagt, den Move fühle ich halt überhaupt nicht. Finde ich ein schwacher Move. Extra jemanden einzustellen und denen Geld zu bezahlen, um andere zu sperren. Weil am Ende, das Business kommt an erster Stelle und es ist mir auch egal, ob Leute jetzt schreiben, Monte, du hast doch schon so viel, gönn doch den anderen mal. Das Problem ist, niemand verdient gerade Geld, Digga, auf TikTok. Weil durch diese Plagiat... Genau, das war es im Prinzip schon, was er, oder was er in dem Clip gesagt hat, weil hier geht es um stumpfes Reuploaden. Ne, wenn ich euch jetzt irgendwas sage, ich mache hier Content, ihr clippt das, ladet das auf TikTok hoch, das macht auf TikTok 500.000 Aufrufe. Damit würde ich verdienen, keine Ahnung, paar hundert Euro. Ihr nehmt mir aber die Option, das Geld zu verdienen, weil ich es ja nicht mehr uploaden kann, also ich könnte es schon uploaden, aber jeder hat es ja gesehen und das würde sich nicht mehr gut klicken, logischerweise. Da hat Kevin natürlich recht, aber ganz ehrlich, ihr könnt die Videos clippen, auch von meinem Hauptaccount, könnt ihr alles nehmen, was ihr wollt und auf TikTok hochladen. Ganz ehrlich, sei euch gegönnt. Wir reden hier von Content Diebstahl. Jetzt sagt mir bitte mal, wo wir hier eine Shoryoka berauben. Ganz im Gegenteil. Eine Shoryoka profitiert rein klicktechnisch, auch von Kuchenvideos, auch von einer AK Reaction, auch von einer Kaiser Reaction. Gut, ich bin noch nicht groß genug oder werde auch vielleicht gar nicht so groß. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also klicktechnisch wird sie profitieren, wenn viele reagieren, na klar. Ja, wenn viele auf ein Thema reagieren, Shoryoka gegen KuchenTV, das geht ja schon seit über einem Jahr. Natürlich, wenn das Ganze Aufmerksamkeit bekommt, viele reagieren drauf, kriegt auch Shoryoka mehr Aufmerksamkeit, keine Frage. Das Ding ist, will sie das überhaupt? Denn ganz ehrlich, sie kriegt ja keine positive Reichweite, sondern wird komplett weggehatet in den Kommentaren und ja, inwiefern man davon profitiert, weiß ich jetzt nicht. Vollkommen egal. Ich fliege gerne ein bisschen unterm Radar, Leute. Aber hier profitiert Shoryoka. Keiner nimmt ihr den Content weg. Keiner zwingt sie dazu, irgendwelche dummen Aussagen zu bringen. Keiner, keiner, keiner. Sie selbst ist das Problem. Weil Shoryoka, und ich weiß, ich habe mich zurückgehalten mit Ferndiagnosen und das sollte man auch nicht machen auf YouTube und nicht auf Twitch, aber Shoryoka erfüllt, ich sage nicht, was sie hat, aber sie erfüllt eine Reihe von so stark psychischen Symptomen, dass es nicht mehr normal ist. Dass man die Realität hier nicht erkennt, weder sie noch ihre Sims da in ihrem Discord-Server, noch scheinbar, mutmaßlich, ihr Anwalt, ja, ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Okay, das feiere ich jetzt hier nicht, dass er so ein bisschen Ferndiagnose macht, davon bin ich kein Freund, weil das halt viele bei mir machen und ich mir immer wieder denke, Bro, ihr kennt mich doch nicht mal. Ihr habt nur ein 5-Minuten-Video von mir gesehen und wollt direkt sagen, dass ich frauenfeindlich, transfeindlich, rechts und so weiter bin. Aber er hat natürlich damit recht, dass Shoryokas Content nicht wirklich geklaut wurde, zumindest nicht von Alpha Kevin, sondern er hat ein ganz normales Video über das Thema gemacht und ein paar Ausschnitte verwendet. Das ist ja nicht Content-Klau wie bei Monte. Und es macht mich auf eine so abgrundtief ekelhafte Art und Weise fassungslos. Wirklich. Vielen lieben Dank für die 95 Bits. So, Ascaron ist natürlich damit noch nicht fertig gewesen, weil Ascaron schreibt weiter, darf mir das egal sein, muss das eine Rolle in meinem Leben spielen. Alpaka Kevin hat geschrieben, der hobbylose Ascaron hat mich gerade tatsächlich auf Twitch sperren lassen, weil ich auf KuchenTV reagiert habe. Vielen lieben Dank, Thoran, auch für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Was ich hier nicht verstehe, Alpha Kevin hat ja auf ein Video von KuchenTV reagiert und wurde gesperrt, also die Reaction. Warum kann dann noch KuchenTVs Video online sein? So, hä? Verstehe ich nicht. Also, einem Ascaron ist das obviously komplett egal, dass er hier mit finanziellen Mitteln eines Menschen spielt. Und ich weiß, viele von euch, die mir zugucken, gucken regelmäßig auch Alpha Kevin zu. Das ist auch super cool, dass wir so eine überschneidende Community haben. Alpha Kevin lebt natürlich von Twitch und YouTube, logischerweise auch durch die Placements und ich glaube, ihm trifft das schon in gewisser Weise. Er kann trotzdem gut weiterleben, Gott sei Dank, aber es wird ihm trotzdem treffen. Er ernährt aber auch noch eine zweite Person. Das sagt er ja auch selbst. Tina, seine Freundin, ist bei ihm angestellt. Das wissen inzwischen alle. Und da macht man quasi zwei Grundlagen kaputt. Ich wusste es nicht, dass sie bei ihm eingestellt ist, aber wie auch immer, ich finde es irgendwie ekelhaft, dass man sich versucht, die Existenzgrundlage wegzunehmen, beziehungsweise die Einnahmequelle. Ganz ehrlich, sollte das mal jemand bei mir versuchen, googelt meinen Nachnamen. Da stehen 30 Mann vor der Tür. Alles nur Spaß natürlich. Vielen, vielen Dank nochmal, Muckel, für die 200 Witz. So, Ascaron ist aber immer noch nicht fertig. Weil Ascaron schrieb nämlich vor acht Stunden, also ungefähr um 10.30 Uhr heute Morgen, dieser Moment, wenn dir höchst polizeilich erklärt wird, dass du ein Pfosten bist. So, ich habe den Inhalt schon gesehen und auch das ist mal wieder eine komplett falsche Wahrnehmung vom lieben Ascaron. Wir schauen uns das aber jetzt gerne nochmal an. In dem Beitrag geht es darum, dass ein Nutzer auf Twitter schreibt, ich meine, der User, Ascaron, hat schon mehrfach das Urheberrecht dazu missbraucht, um andere das Grundrecht auf Meinungsfreiheit zu nehmen. Ist doch eine Straftat. Und ich sehe das genauso. Hier wird nur DMCA gestrikt, weil man eine andere, fremde Meinung nicht akzeptieren kann. Ihr müsst euch vorstellen, falls einer von euch komplett fernab von dieser Erde lebt und Shuyoka gar nicht kennt. Entweder gibt man Shuyoka hundertmal Recht von hundert Punkten oder man wird DMCA strikt. Entweder man gibt ihr Recht oder man ist ein A. Es gibt in dieser Welt rund um diese Shuyoka-Bubble keine tolerierbare zweite Meinung. Ja, also wenn das wirklich stimmen sollte, was er sagt, ist das doch einfach nur lost. Jeder Mensch hat andere Meinungen zu gewissen Themen. Und ich kann ihr bestimmt ein paar Punkte geben bei dem Beef mit Kuchen TV, aber ein paar Punkte gebe ich halt auch Kuchen, weil er da einfach Recht hat. Und deshalb bin ich ja nicht der Hater von Shuyoka oder ein Kuchen-Hater. Also man kann ja beiden irgendwo Punkte geben. Nur wenn man seit über einem Jahr komplett gehatet wird, dann sollte man sich doch vielleicht fragen, ey, mache ich vielleicht irgendwas falsch oder drücke ich mich vielleicht nicht so aus, dass die meisten das verstehen. Von daher bin ich ganz auf Seite dieses X-Accounts, Twitter-Accounts, der einfach sagt, dass hier eine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Die Polizei Mannheim kommentiert, wir können mit den uns gegebenen Informationen, und das ist einfach die relevante Information, die uns gegebene, uns gegebene Information, keine Straftat erkennen, weil der Polizei hier obviously Hintergrundinformationen fehlen. Ein Askaron schreibt, dieser Moment, wenn dir höchstpolizeilich erklärt wird, dass du ein Pfosten bist. Naja, das könnte dieser Askaron schreiben, wenn man der Polizei alle Infos geben würde und die dann die Infos prüfen und sagen, hey, wir können immer noch keine Straftat erkennen. Dann hätte er recht, dann könnte er sowas posten. Aber hier ist das einfach so, okay, ja, was sollen die denn großartig prüfen? Die haben ja keine. Weder wurde hier irgendwem erklärt, wer oder was außer Askaron ein Pfosten ist, hat die Polizei auch nicht gesagt, dass die Aussage grundsätzlich falsch ist, sondern nur gesagt, dass die Beweise, die der Polizei da scheinbar vorliegen, nicht ausreichend sind, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Nach all dem, was ich hier gesehen habe, liebe Freundinnen und Freunde, ja, ist es hochgradig krank. Hoch, hoch, hochgradig krank, was da passiert. Ihr müsst euch vorstellen, diese Menschen... Ich meine, das geht schon seit Monaten und den Leuten wird gar nicht das Thema langweilig. Ich habe schon da lange abgeschaltet. Also, ich verfolge das so gar nicht mehr. Aber jetzt, wo wieder Gronkh als frauenfeindlich bezeichnet wird und Gronkh ist mir so bekannt als friedliebender Twitch-Streamer, der ein paar Games zockt, da bin ich mal wieder dabei. Ich weiß nicht, ob sie eine Shuyoka persönlich im Leben irgendwann mal gesehen haben. Die haben sich eine Aufgabe im Leben gemacht. Und das ist als Mod, als selbsternannter Agent für DMCA, Urheberrechts-Agent, ja, ist seine Mission, eine Shuyoka auf den letzten Tropfen Blut zu verteidigen. Und ich frage euch jetzt mal bei YouTube oder euch auch bei Twitch, wie weit weg muss man von der Realität sein, um die Lügen von dieser Frau, von dieser Shuyoka, die schon oft aufgedeckt worden sind, wie weit von dieser Erdoberfläche muss man entfernt sein, um ihr irgendwie noch zu glauben? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen und will es einfach auch. Ob sie jetzt gelogen hat oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Sei mal dahingestellt. Aber dann verfällt ja trotzdem nicht ihr Recht auf das Urheberrecht, also DMCA-Strikes zu verteilen, wenn es auch wirklich zutreffend ist. Aber wie gesagt, bei Alpha Kevin habe ich keinen Content-Klau gesehen und ich finde es unnötig, wenn man sein Video sperren lässt. Vor allem, weil er eine Reaction auf Kuchen-TVs-Video macht, die wahrscheinlich noch online ist. Dazu postete auch ein Tobias Huch gestern Abend noch, also vor 16 Stunden. Die hochumstrittene Streamerin Shuyoka macht einen DMCA-Strike gegen Alpha Kevin, weil der auf ein Kuchen-Video reagiert hat, in dem Clips als Beleg ihrer schlimmen Aussagen eingebunden sind. Warte mal. Die hochumstrittene Streamerin Shuyoka macht einen DMCA-Strike gegen Alpha Kevin, weil der auf ein Kuchen-TV-Video reagiert hat, in dem Clips als Beleg ihrer schlimmen Aussagen eingebaut sind. Daraufhin wird sie berechtigterweise hart kritisiert und, wo sind wir, begründet ihren erneuten DMCA-Strike? In Klammern, Monate vorher hatte sie bereits Twitter X mittels DMCA leergeräumt, wo sie anhand von Clips kritisiert wurde für umfangreiches Fehlverhalten damit, dass ich sie wegen eines Clips gestrikt habe, Anfang August. So, das heißt, hier wird deutlich, dass eine Creatorin diese DMCA-Funktion komplett missbraucht. Ob das stimmt, keine Ahnung, ich habe das nicht verfolgt, aber anscheinend hat er sie auch DMCA gestrikt und dann kann ich es irgendwo verstehen, wenn mich jemand DMCA strikt, dann würde ich zurückstriken. Oder wie gesagt, es stehen 30 Mann vor eurer Tür. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber diese Plattform, auf der ich hier ja auch gerade unterwegs bin, lässt sich komplett vor den Karren spannen, lässt sich komplett instrumentalisieren und sperrt einen großen Streamer nach gerade einmal 20 oder 30 Minuten. Ich weiß nicht, ihr wisst es vielleicht besser, Chad, wie lange es gedauert hat, bis er gesperrt war, aber das ging ja verhältnismäßig schnell. Irgendein Simp meldet sich dann mit dem DMCA-Vorwand und die sperren sofort. Höchst, höchst, höchst zweifelhaft. So finde ich es da auch schade von Twitch, dass die sowas nicht erstmal prüfen, bevor die direkt einen wegsperren für zwei Tage. ...funktioniert ihr wahrheitsverzerrendes Framing. Natürlich lässt sie dabei weg, dass es sich um einen stark diffamierenden und manipulierenden geschnittenen Clip handelt, den sie immer wieder für ihre Hetze gegen mich abspielt. Und sie mich vorher mit erfundenen, ne, hm, Vorwürfen mit Dreck beworfen hat. Das kennen wir ja schon von den Angriffen auf Stay. Shuyoka hat dabei, hm, verharmlost und sich selbst ekelhaft als Opfer derselbigen geframed. Ich habe sie damals auch nicht nur gestrikt, ich habe sie anwaltlich abgemahnt und dann, weil sie diese Abmahnung ignoriert hat, gegen sie eine einstweilige Verfügung vollumfänglich erwirkt. Wie sehr will sie Shuyoka noch blamieren und zum Gespött machen? Sie ist nicht das Opfer, sie ist Täterin. Okay, das sind natürlich ekelhafte Anschuldigungen, wenn jemand sagt, du bist im Besitz von Kinder. Aber sind wir mal ehrlich, die einzigen Gewinner sind die Anwälte, die sich denken, ja man, bieft euch weiter, wir nehmen gerne euer Geld. Das ist so dumm. Ja, das sehe ich genauso. Und ich sage es abschließend auch nochmal, ich kenne keinen Creator, der fairer im Umgang mit Shuyoka war als Alpha Kevin. Das ist echt so, Alpha Kevin hat einen pH-Wert von 7, der ist neutral. Wenn ihr es genauso seht. Und auch bei YouTube könnt ihr gerne mal bestätigen, ob ihr das genauso seht. Alpha Kevin hat von vornherein gesagt, er guckt sich auch, oder er wäre auch bereit dazu, sich ein Shuyoka-Video anzugucken und ganz neutral an die Sache ranzugehen. Das Problem ist nur, liebe Freunde, wenn diese Frau den ganzen Tag framed, Unwahrheiten verbreitet, einen Stay inzwischen angreift, einen Rezo angreift, selbst wenn ich schon Droh-E-Mails bekomme von ihrer ekelhaft versifften Bubble. Ganz ehrlich, also man kann auch Stay und Rezo kritisieren, wenn sie gute Punkte hat. Warum nicht? Kann man jetzt nicht ein Stay und Rezo kritisieren, weil die jetzt sehr groß sind? Verstehe ich gerade nicht. Wo soll das alles noch enden? Schreibt es mir gerne als Algorithmus-Kommentar mal in die Kommentare, was ihr denkt, wo das alles noch enden soll. Ich kann diese Plattform ein Stück weit nicht mehr nachvollziehen und bin sehr enttäuscht über die Entscheidung. und wir sollten dem Alpha Kevin alle ganz viel Liebe und Support dalassen, dass er möglichst schnell wieder entsperrt wird. Er wird auf jeden Fall entsperrt, das ist keine Frage. Aber hier muss auch sich die Plattform mal fragen lassen, warum man letztendlich so agiert. Also, schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ja, was kann ich zum Abschluss sagen? Die einzigen Gewinner des Beefs sind die Anwälte, die ganzen Influencer, die sich gegenseitig abmahnen, machen sich wirklich unnötigen Stress. Meiner Meinung nach sollte man vielleicht erstmal miteinander kommunizieren, bevor man sich abmahnt. Denn ganz ehrlich, das ganze Geld, was an die Anwälte geht, könnte man auch an Menschen spenden, die das wirklich brauchen. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal und sei kein Simp. Danke fürs Zuschauen.